Was passiert mit dir, wenn du nicht in den nächsten 10 Sekunden abonnierst, bloß die Glocke aktivierst? Was geht Freunde? Damit auch ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video auf meinem Kanal. Und Leute, ihr seht schon, wie viele Trophäen ich aktuell gerade habe. Einfach zu heftig. Ich habe mir jetzt den schwächsten Brawler von mir ausgesucht und das ist der liebe Frank. Und zwar starten wir jetzt in eine Solo-Shodon-Runde hinein, würde ich sagen. Und Leute, wie gesagt, ihr seht meine Trophäen. Es fehlen mir noch 3 Trophäen, Leute. 3 Trophäen. Das ist einfach die heftigste Season überhaupt. Einfach zu krass. Und ja Leute, ich hoffe, ich schaffe das in Solo-Shodon. So, da haben wir auf jeden Fall auch gleich eine Niete. Und Leute, wie gesagt, Bully Bro ist auch am Start. Also wenn ihr irgendwann einmal im Jau oder so im Hintergrund jammert, man kennt ihn auf jeden Fall. So, let's go. Niete, können wir sie holen? Leute, wie gesagt, ich bin so gehypt. Einfach, es fehlen noch 3 Trophäen, Leute. Schaffe ich das bitte? Ich darf nicht. Das ist mein schwächster Brawler 700. Bitte. Niete, lauf nicht weg von mir. Sie hat ihre Ulti. Aber Leute, wir haben unser Gadget auch. Das sollte auf jeden Fall mal gut schmecken. Ja, nein. Oh, ja. Genau, Digga. Genau. Safe. Aber wir können es auf jeden Fall gut treffen. Und da hat sich die Niete ins eigene Bein geschossen. Weil mit der Star Power hätte mich schon ziemlich krass zerstören können. Mit ihrem Gadget. Aber ja, sie ist, glaube ich, nicht gemaxed. Ja. Oh mein Gott, das ist ein Spike. Oh. Ja, okay. Er schießt auch irgendwo hin. Digga. Hast du zu wenig Zielwasser heute getrunken oder was? Ja. Irgendwie trifft er wegen der seiner Star Power. So. Let's go, Leute. Da ist eine Bibi im Busch. Aber Leute, wir haben unsere Ulti. Ein Cube, aber nur. Ems. Oh. Ems tut weh auf jeden Fall. Ems. Die Ems tut weh. Und Leute, lasst jetzt schon ein Like da auf das Video. Und natürlich, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert mich gerne und aktiviert die Glocke. Würde mich freuen. Dann würdet ihr auch nichts mehr zu verpassen, wie ich die Bibi jetzt hops nehme. Und den Ems natürlich. Oh. Wie einfach. Leute, ihr seht schon. Man geht einfach ganz normal auf eine Bibi. Und drei Leute gehen straight auf einen. Sogar die Ulti. Spikey. Die Ulti war das Unnötigste. Er wasted seine Ulti. Leute, man muss sich da im Klaren sein. Er wasted seine Ulti, dass er mich irgendwie noch anhittet mit dem 600er Hit. Das ist Teaming, Leute. Das ist Teaming in Brawl Stars. No Joke. Das ist Teaming in Brawl Stars. Da macht ihr Gadget. Ja. Was will man da tun? Das, meine Damen und Herren. Das ist das Teaming in Brawl Stars. Wofür Supercell zu lost ist, das irgendwie abzustellen. No Joke. Da haut man seine Ulti gegen einen rein. Und drei gehen auf einen. Und der Spikey wasted seine Ulti, damit er mir ja noch einen 600er Hit gibt. Mann. Deswegen, Leute, spiele ich nicht so gerne Solo-Showdown. Das ist einfach, ja. Das ist einfach nur unnötig. No Joke. Aber wir müssen jetzt Frankie ein Solo machen. Oder Duo. Dann kriegen wir wahrscheinlich den lostesten Mate in ganz Deutschland. Oder in ganz Brawl Stars überhaupt. Weil da gibt es ja keinen Underdog. Wir teaken den Leuten. Machen wir einfach Solo. Schaut euch, haben wir teamt. Was willst du teamen, Digga? Was will der bitte wieder teamen? So. Und verkacken seine, ja. Er verkackt halt komplett seine Ulti. Oh mein Gott. Wie lost ist der Daryl? Leute, ich sag's euch, den Daryl. Ja, Bully Pro. So, Bully Pro hat auch was zu sagen. So, der Daryl ist einfach, ja. See, fahrt er nicht oben. Mit meinen Ulti hätte ich ihn so hoch genommen. Aber er war dann durch, ja, okay. Er wird dann durchgezogen. So. Let's go, Digga. Jetzt sag ich mal. Was? Wie war der nicht oben? Ja, okay. Die chillen mal komplett. Bitte. So, let's go. Eins. Ein Hit. Zwei Hit. Dritter Hit. Vierter Hit. Vierter Hit. Vierter Hit. Leute, no joke. Was will man da tun? Man gibt ihm vier Hits. Vier Hits. Und er überlebt immer noch. Okay, wir haben ihm kein Minus gemacht. Nächste Runde, Leute. Let's go, Mann. Er soll mich nicht davon aufhalten, endlich einen Trophäenrekord aufzustellen. Ey. Mann, Digga. Aber no joke. Leute, ich hau mit Franky viermal drauf und überlebt. Das ist schon ein bisschen zu viel. Da hat der Daryl zu viel live und der Franky macht zu wenig Schaden. Und es kann nicht sein, dass man immer viermal auf dem Daryl draufhaut, dass man ihn immer noch nicht holt. So ein Karl ist auf jeden Fall ein lecker bisschen. Eins, zwei. Da brauchen wir nur dreimal draufhauen mit Daryl. Das passt auf jeden Fall. Aber viermal draufhauen beim Daryl, das ist schon... Ja, Bully Bro. So, er will aus meinem Zimmer wieder raus, oder nicht? Während dem Spielen, genau, genau. Davor, vor dem Video, wo ich einfach ganz normal so ein bisschen gepusht habe, dass ich da noch einen Trophäenrekord aufstelle. Einfach so. Er pennt einfach sich weg. Und jetzt da, wenn ich genau, wo ich das Video aufdrehe, will er unbedingt raus. Digga, Bully Bro. Was ist los? Bully? Okay, jetzt mehr hast du nicht mehr. Oh mein Gott, Morty, es geht dich... MP4 geht dich eingraben. Und ja, Gadget von der Shelly zu OP. Man kennt's. So, let's go. Hm, minus drei. Schmeckt nicht. Aber Leute, wie gesagt, da kann der beste Spieler der Welt nichts tun. Da kann der beste Spieler der Welt mit Frankie nichts tun. Shelly, Gadget, weg. Aus. Weg, Digga. Du bist weg. Mit Wunderpflaster, mit Ulti. Man kann gar nichts tun. Let's go, man. So, Bully Bro hat eine Ruhe gegeben, endlich. So müssen wir aber dann rauslassen. Aber es ist natürlich immer dasselbe. Immer, wenn ich ein Video aufnehme. So, man muss natürlich immer nerven, gell. So, let's go. Shelly haben hier auch auf jeden Fall Hops genommen. Nice. Bully Bro. So, ja, chill kurz. Lass mich mein Video da drehen. Digi. So. Ich will da jetzt die 30 Keh erreichen, Video. Let's go, man. Leute. Oh, nice. So, wenn wir jetzt Erster werden oder Zweiter, haben wir es safe schon. Aber, Bully Bro, chill. Bully, chill. So. Oh mein Gott, wir holen uns die in der Mitte. Wir holen uns die in der Mitte. Let's go, Leute. Ist das die Runde der Runden? Leute, ist das die Runde? Ja, Bully, Bully sagt es auch. Leute, Bully sagt es auch. Also, es ist die Runde der Runden. Ja. Digi. Gleich. Chill kurz. Das ist die wichtigste Runde. Wenn ich die jetzt gewinne, bin ich bei 30 Keh, Bully. Chill mal. Digi. Es ist so lächerlich. Die ganze Zeit penta und dann, wenn ich ein Video drehe. Nur ein bisschen was laber. Ja, ja, gleich. Ihr macht gleich diesen hier. Digi. Du 31er. Hör auf, mein Video zusammenzuhauen. Ja, Leute. Habt ihr wenigstens eine geile Hintergrundmusik. So. Let's go. Digi. Chill mal. So. Warte wenigstens noch kurz. Nachdruck. Ich will jetzt die 3. Leute, wenn ich die Runde jetzt gewinne, bitte hole ich den Crow. Bitte hole ich. Nein, er hat sein Gadget. Er jumped weg. Nice. Let's go, Leute. Wenn ich die Runde gewinne, dann habe ich die 30 Keh, Leute. Let's go, man. Oh mein Gott. 7 Cubes, Leute. Mit Ulti. Geile Hintergrundmusik. Auch am Start. Genau. Und dann 2 Crows, die Teamen. Das war es mal wieder komplett. Ey, hört auf zu Teamen, ey. Okay, da verstehe ich es wenigstens. Ich gehe natürlich auf dem Stärkeren. Aber trotzdem, das ist natürlich immer ärgerlich. So. Und den haben wir auch. Let's go. Was sagst du dazu, Bulli? Bulli? Ja. Jetzt mehr hat es noch nicht mehr. Okay. So. Und ja, Leute. Wir haben jetzt plus 10 Trophäen einfach dazubekommen. Einfach zu heftig. Und wir haben jetzt die 20.000 Trophäen. Leute, war ein kleiner Prank. Keine 30. Aber die 20.000. Yeah. Yeah. Let's go, Leute. Die 20.000 Trophäen sind somit auch wieder in dieser Season geknackt. Bulli Bro freut sich auch darüber. Wir öffnen die zwei Kisten und schauen natürlich in den besten Listen. Ja. In den besten Listen. Wo sind wir da? So. Wir schauen uns jetzt dem Kampf-Lock nach. Okay. Ja. Da haben wir Minus kassiert und Plus. Perfekt, Leute. Wir haben es geschafft. Also, Leute. Wie gesagt, kleiner Prank. Keine 30.000. Spaß. So. Ja, Bulli Bro. Ja, er kommt zu mir, Leute. Er will gestreichelt werden. Ja, Bulli Bro. Let's go. So. Also, Leute. Wir schauen in den besten Listen. Und wir sind unter die Top. Gar nichts. Wir sind nicht mehr gelistet. Ja, moin. So. 20.000 Trophäen, Leute. Yeah. So weit entfernt. Ich bräuchte mindestens 30.000, um da wirklich die Top 10. Ja. Schau dich an, wie die süchteln. Also, Leute. Dann würde ich sagen, das war es mit dem Video. Macht es auf jeden Fall gut. Lasst auf jeden Fall ein Abo. Aktiviert die Glocke hot rein. Und mit Bulli Bro auch. Ciao. 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 Oh, oh, oh.